Lida Barova war eine tschechische Schauspielerin und Sängerin. Durch ihre Nähe zur nationalsozialistischen Elite, insbesondere durch ihre Affäre mit Josef Goebbels, war sie zeitlebens umstritten. Leben nach ihrer Ausbildung am Schauspielkonservatorium in Prag drehte Lida Barova mit 17 Jahren ihren ersten Film. Sie nahm auch einige Schallplatten auf. Erste Jahre in Deutschland und Beziehung mit Gustav Fröhlich 1934 wurde sie von der UFA engagiert, lernte Deutsch und drehte 1935 Baccarole. Die männliche Hauptrolle in dieser Produktion spielte der verheiratete deutsche Schauspieler Gustav Fröhlich, bekannt aus Fritz Langs Metropolis, mit dem Barova fortan liiert war – sie bewohnten zusammen ein Haus auf der Insel Schwanenwerder in Berlin. Nach einer Fehlgeburt konnte sie keine Kinder mehr bekommen. Es folgten weitere Filme wie Einer zu viel an Bord, Verräter, Patrioten und die Fledermaus sowie Engagements am Deutschen Theater und an der Volksbühne Berlin. Barova wurde von der deutschen Filmindustrie in der Rolle als exotischer Vamp eingesetzt und verkörperte bis 1938 fast ausschließlich solche Charaktere. Ein lukratives Angebot, einen siebenjährigen hochdotierten Vertrag aus Hollywood, lehnte sie ab. Reichspropagandaleiter Goebbels hatte angekündigt, dass sie im Fall ihrer Rückkehr aus den USA in Deutschland keine Engagements bekommen würde. Beziehung zu Goebbels Nachdem Joseph Goebbels sie bei Gustav Fröhlich aufgesucht hatte, wurde sie zur Geliebten des Reichspropagandaleiters. Das Verhältnis wurde auch öffentlich diskutiert. Goebbels war bereit, sich wegen Barova scheiden zu lassen. Erst auf Betreiben von Magda Goebbels beendete ein Machtwort Hitlers das Verhältnis. Die Doku des tschechischen Fernsehens Ceska Televize, 2013, erzählt eine andere Version. Lida Barova sagt im Interview, sie habe Goebbels nicht gemocht, aber sie habe für sich keinen Ausweg gefunden. Sie gibt an, ab dem Tag, an dem Goebbels sie bei ihrem damaligen Lebenspartner Fröhlich aufsuchte und mit diesem eine Aussprache hielt, Angst vor Goebbels gehabt zu haben. Dies ist glaubhaft, da ein Mann wie Goebbels eine Initiative seitens seiner »Geliebten«, die Beziehung abzulehnen oder aufzulösen, sanktioniert hätte. Es gibt Liebesbriefe, in denen Goebbels an Barova schreibt, eine Insel im stillen Ozean entdeckt zu haben, auf der sie und er wie Adam und Eva leben würden. Später habe sie deshalb Hitler aufgesucht und um Intervention gebeten. Hitler wies Goebbels daraufhin zurecht. Als Begründung diente ihm, dass es zum Zeitpunkt des Anschlusses des Sudetenlandes an das Deutsche Reich höchst unpassend war, dass sein Propagandaminister eine Liebelei mit einer Tschechin unterhielt, dazu wurde Goebbels »Familie« in den Medien als nationalsozialistische Musterfamilie dargestellt. Lida Barova sprach bis zu ihrem Tod stets davon, dass ihre Beziehung mit Goebbels rein platonisch gewesen sei, und bezeichnete die ihr nachgesagte Liebesaffäre als eine Lüge. In einem Interview für eine Sendung von ZDF History sprach sie über ihre Beziehung zu Goebbels und die damit verbundenen Folgen für sie. Ich habe ihn geliebt auf meine Weise. Ich war sehr jung, Sie dürfen nicht vergessen, ich war 22 Jahre alt. Und da ist man ja sehr anfällig für diese Sachen. Ich hab eigentlich seine Liebe geliebt. Er hat mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Er wollte immer, dass ich herausfahre und er war furchtbar eifersüchtig. Ich hab so viel zu tun gehabt. Ich bin manchmal mit Zorn in den Augen, mit Tränen bin ich rausgefahren. Aber ich konnte nicht anders. Lida Barova, 1996 Flucht in die Tschechoslowakei und Exkurs nach Italien in Folge von Hitlers Eingriff in diese Beziehung erhielt Barova 1938 von Graf Helldorf, dem Berliner Polizeipräsidenten, Spielverbot und durfte das Deutsche Reich nicht verlassen. Die Folge davon war, dass Barova keine Engagements mehr in Deutschland erhielt. Ihr 1938 gedrehter Film Preußische Liebesgeschichte erhielt Aufführungsverbot und wurde erst 1950 unter dem Titel Liebeslegende in Westdeutschland gezeigt. Im Jahr 1939 ging Barova zurück in ihre Heimatstadt Prag. Sie wohnte mit ihren Eltern und ihrer Schwester Zorka Janu, die ebenfalls eine talentierte Schauspielerin war, in einer Villa, die Barova vom Architekten Ladislav Sack 1937 für sich und ihre Eltern im Villenviertel Hanspulka hatte bauen lassen. In Prag konnte Barova wieder spielen, und bis Ende des Jahres 1941 hat sie wahrscheinlich die erfolgreichsten Filme ihrer Karriere gedreht. Jedoch holte Barova das Spielverbot von 1938 in Prag Ende 1941 ein. 1942 ging sie nach Italien und drehte dort fünf Filme. 1943 musste Barova nach Prag zurückkehren. Nach Kriegszeit, zwei Ehen und Umzug nach Österreich 1945 wurde sie in der Tschechoslowakei wegen Kollaborationsverdachts inhaftiert und nach 18 Monaten wieder freigelassen und rehabilitiert. Ihre Beziehung zu Goebbels habe vor der Zeit der «Gefährdung der Tschechoslowakei durch das Deutsche Reich» stattgefunden, und sie habe auch später nicht mit deutschen Behörden kollaboriert. Im Zuge des Verfahrens wurde festgestellt, dass sie weder menschendenunziert noch angezeigt hatte. Ihre Mutter starb während eines Verhörs an einem Herzinfarkt. Ihre Schwester Zorka Janu beging im März 1946 Suizid, nachdem sie als Schwester einer mutmaßlichen Kollaborateurin Hitler-Deutschlands keine Engagements in der Tschechoslowakei bekommen hatte. Lida Barova heiratete 1947 einen der wenigen Menschen, die sie während ihrer Haft besucht hatten, den Puppenspieler Jan Kopetsky, und emigrierte 1948 mit ihm über Österreich nach Argentinien, von wo sie aber wieder nach Österreich zurückkehrten. 1956 ließ sie sich von ihrem Mann scheiden und spielte Theater in Österreich und Deutschland. Sie trat unter anderem in Goethes Götz von Berlichingen bei den Burgfestspielen in Jagsthausen auf. 1969 heiratete sie in Salzburg den österreichischen Professor Kurt Lundwall, die Ehe hielt bis zu seinem Tod 1972. Lida Barova verbrachte den Rest ihres Lebens in Salzburg. Sie hat ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben.